Um den Athletinnen und Athleten bei ihren Aufenthalten im Nationalen Sportzentrum Mattlingen optimale Bedingungen bieten zu können, wurde im neuen Gebäude Lärchenplatz auch eine Regenerationszone eingeplant. Für die passive Regeneration im Wasser stehen ein Kaltwasserbecken mit einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius sowie ein Warmwasserbecken von 38 Grad Celsius zur Verfügung. Aktiv erholen können sich die Sportlerinnen und Sportler in einem kreisförmigen Becken mit einer Wassertemperatur von 30 Grad Celsius. Zudem verfügt der Bereich über ein multifunktionales Trainingsbecken mit einer Wassertemperatur von 30 Grad Celsius. Diese Spezialanfertigung wird für physiotherapeutische Maßnahmen genutzt. Ausgestattet mit einer Gegenstromanlage und einem Laufband, bietet dieses Trainingsbecken eine optimale Grundlage für die Rehabilitation der Athletinnen und Athleten im Wasser. Ausgestattet mit einer Wassertemperatur von 30 Grad Celsius 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 Untertitelung des ZDF, 2020